Eintrachtung ich möchte immer den stream ja weil du nur beleidigt hast in den stream ich will ja natürlich ja ihr beide Däger geht nur durch ich beleidigt und sollte hier ziemlich löschen kein bock auf dem bahn zu dürfen dann machen keine Ahnung warte die studie nun der Fall des Himmels ja gar nicht ja nun kann man die geschenk die kreis ja wo ob die kreis m ich ziehe nämlich in den Wald was ich muss erstmal den Stream löschen ach ja ich weiß nicht wie ich den Stream lösche ich fang nach hier ist es und der stimmst schon mal da kann es sich machen ich nicht schalzi nein später nicht dieser torwart okay gut er kommt die kürze ich ihm nicht ja doch nicht schon dran ja okay nico bis in 110 minuten gell nur noch nicht mit einem kleinen die in der fünf und alle prägete ich werde ich nicht richtig nur ein mal die man hört sich nicht gut nun versteht die nicht ist weiter doch kein mal ach so nur kann man bis nun ich habe kein Tor er will kein Wort ist ich bin wie du nicht wenn du nur und durch die Leute bahnst nein ich bin doch nicht so Ja, dem hab ich schon die Mod weggenommen. Mach Freddy. Bin ich so einer? Nein. Aber genau so eine bin ich. Ich hab Ofentäser, Alter. Äh. Kinderfreundlich. Ja. Junge, ich hab Käper im Tor, Digga. Ich seh jetzt schon, dass ihr EA Sports Store wie bei Schmeichel. Digga. Weil, du musst ihn einmal reinsippen in mein Obenfänger. David, Atte. Liebe Frühsame-Fans, wir dürfen Sie sehr herzlich hier im Max-Morlock-Stadion begrüßen, wo die Wetterbedingungen heute wirklich hervorragend sind. Ah, die Mikrofon sind heute wieder einmal Wolf-Fuß und Frank-Oberner, Digga, der rasiert. Heute vom letzten Spiel, zweier punktgleicher Mannschaften aus der Online-Freundschaftsspielsaison. Erst Elf in Nürnberg. Gegen Chelsea. Und auch das Spiel freue ich mich wirklich. Wer wird Titelträger und die Möglichkeit? Wir sind ein Tor. Da blocken Sie den Fertig ist selber. Natürlich, Herr Kramer. Jetzt was selber. Sollten Sie nutzen. Ja, wo du denn? Wir sind. Dann muss Werner, Digga, 1991-Pace. Da ist er doch. Da ist er doch. Der Werner. Timo. 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 Du musst er mal sein, hier ist auch Werner. Da ist Irgendmann, wir sind auch himmerhaft. Ja. Irgendwo. Wo er sich immer wieder angriffen ist? Ich vermute Sie. die eine die Kälte schmeckt es schon Herr der die hittender Öl die sind der Öl doch nicht so Digga der du schimmelst da hinten dir da nur Kiep wieder an schweizer wahrscheinlich kreis kreis behalte so gut aus die händler die titel wir haben ja auch noch nicht ab mit der dritte klarer favorit Chelsea also normalerweise müssen die blues hier ganz locker Aja, sagen wir zum Satz und Satz! Äh, es geht sich eh nur, wie hoch... Ach ja, das ist ja, 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 das war wichtig! Ja, Mann! Den aus ist 1-1! Oder damals, wie hoch Chelsea gewinnt, ne? Wo ich auf einmal mit Jan 3-0 gewonnen hab! Super 2-Kampf! Super 1er! Da geht er vorbei mit dem Trick! Faul! Hä?! Da reichen, mahnende Worte, der Spiel hat ja eben erst begonnen! Wimgörder! Geiss! Du, den hast du nicht, Timo Werner! Ich hab' wie aufgestautet! Ey, sind ja freundlich! Timo Werner, der Angriff könnte was werden! Timo, für nie zu Timo vollziehbar sein muss! Was ist das? Hä? Wie stellst du Torwart zu dumm? Schau mal! Timo! Dachtest du dich so antäuschen? Also nein, also ich tue schon die Mitte! Achso, ne! Ich wollte eigentlich antäuschen, aber dann doch nicht! Antäuschend dann Mitte, ab in die Mitte, aber... Einfach direkt geschossen! Nachdem bin ich in den Händen! Oh, Leute! Was werden jetzt? Was? Ganz alleine! Der wird irgendwie ehrenlos über die Kippen! Hä?! Was macht der?! Oh, Digger, der lebt! Ich lebt! Oh, Digger!